Willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Heute bin ich mit euch wieder unterwegs und zwar bin ich in Sagemünn. Wieder mal, genau. Heute geht es mit euch zum Cora in Sagemünn. Da waren wir noch nicht und dann wollen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Und dann sage ich einfach mal, ja, bis später dann. So, und dann ist es jetzt hier der Bahnhofsplatz. Ja, Hupe geht, nur noch Licht. Das ist der Busbahnhof und hier ist dann, wie gesagt, der Bahnhof. Aber wie gesagt, Sagemünn habe ich euch ja schon gezeigt, glaube. Und jetzt schauen wir mal, wo es jetzt lang geht. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Cora. Ich habe jetzt kurz in einem Blumengeschäft nochmal nach dem Weg gefragt, weil ich zu Fuß bin. Ja, und die gute Madame konnte natürlich kein Deutsch und ich mit mal ein bisschen Französisch, aber doch sehr gut verstanden habe. Also, es sind jetzt noch acht bis zehn Minuten zu Fuß, also ich denke mal, das ist gut. Ja, das war eine kleine Zwischenmeldung. Jetzt ein bisschen lautes. Also, das ist der französische Straßenverkehr. Ja, und dann sage ich mal, sehen wir uns dann nochmal. Bis gleich. So, und da kommt dann auch schon ein Werbehinweis, ein Werbeschildchen für Cora. Ja, also bin ich auf dem richtigen Weg. So, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, Cora angekommen. Das war dann doch nicht so ein großer Fußweg, wie gedacht, aber doch schon. So, jetzt gehe ich einfach mal rein und dann schauen wir mal. Bis gleich. Fährt man nach Frankreich, um dieses hier zu bekommen. Das ist dann in der Musikabteilung. So, immer noch im Cora und jetzt waren wir in der Musikabteilung. Tada. Da. Jetzt geht es auch schon weiter. Und schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Hier, der Frühling. Frühlingsblümelis. Und dann schauen wir mal weiter. Auch schon ein Baguette gekauft. Und für Soda Club ein Sirup. Cola Vanalia. Weil, gibt es ja in Deutschland nicht. Die haben so schöne Sachen hier. Und da weiß man gar nicht, was man kaufen will. So, dann wollen wir mal weiter schauen. Also, bis gleich. Und was hat meine entzückenden Augen gesehen? Da. Das gibt es nämlich in Deutschland nicht. Uff. Ja. Einmal in der Parfümabteilung. Aber, naja. Und dann schauen wir mal weiter. So. Weiter sind wir jetzt hier. Noch nicht. Haben jetzt so noch nichts weiter gefunden. Aber, ich denke mal, das wird sich noch ändern. Und wollte nur mitteilen, dass wir noch hier drin sind. Dass ich noch hier drin bin. Ja. Und dann, ja. Schauen wir mal weiter. So. Einkauf ist beendet. Sitzen wir hier in einem Café vom Cobra. Ich habe mir ein französisches Bier gegönnt. Zur Pause. Ja. 40 Euro ausgegeben. Mit allem allerlei. Und dann, ja. Geht es jetzt auf den Rückweg nach Hause. Es regnet. Ja. Gut. Das wird dann auch erst mal von hier aus dem Cobra gewesen sein. Ich melke mich da ja nochmal vom Bahnhof in Sagemünn. Oder zwischendurch. Mal gucken. Mal schauen. Und dann sage ich. Na ja. Nach einem kleineren Fußmarsch sind wir wieder innerorts von Sagemünn und sind auch gleich am Bahnhof. Das war der kleine Ausflug heute zum Cobra mit viel Fußmarsch. Und dann ist es wieder in Deutschland. So. Dann bedanke ich mich, dass ihr mich begleitet habt heute auf dem Weg von Sagemünn zum Sagemünn-Cobra. Und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Video. Sagt liebe Grüße. Euer Fahlo Olaf von Fahlos Netzwelt. Tschüss. 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 utch meaning. Untertitelung des ZDF, 2020